Ich bin Künstler aus Berlin und weil es zu warm wird, heute mal wieder mit Schürze statt Latzhose. Ich habe mir so ein Tuch besorgt, um meine Vorlagen mal wieder selbst zu fotografieren. Dabei habe ich direkt schon gemerkt, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich es mir vorgestellt habe, weswegen ich die Referenz dann doch ein bisschen anders gestalten musste, als ich ursprünglich halt geplant hatte. Im Endeffekt war mir nur wichtig, dass das Ganze relativ hell ist, weil ich einfach mal wieder Bock hatte, hellen Stoff zu malen. Um mal wieder so ein bisschen in den Flow zu kommen, habe ich auch einfach beschlossen, dass ich Ideen jetzt einfach erstmal umsetze, gucke, wie mir die fertigen Bilder dann gefallen und dann daraus einfach Ideen ziehe für das nächste Bild. Sinntechnisch lässt das Ganze hier auf jeden Fall wieder zu wünschen übrig, so wie bei meinen anderen Bildern eigentlich auch, aber ich finde, da kann man auf jeden Fall wieder eine Menge reininterpretieren, wenn man denn Lust drauf hat. Bevor ich sehr positiv überrascht war bei dem Bild, war wie viel Spaß es mir gemacht hat, Perlen zu malen. Wenn das Ergebnis jetzt ganz anders geworden ist, als ich es mir ursprünglich vorgestellt habe, muss ich doch sagen, dass das Bild an sich auf jeden Fall Charakter hat und ich eine Menge daraus lernen kann. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt und ich finde, die Perlen sind fast so ein Hingucker geworden wie du.